Sie müssen beweisen, dass Sie nach Arbeit suchen. Drei Unterschriften, sonst müssen Sie das einem Richter erklären. Wenn Ihnen die Kandidaten nicht gefallen, lassen Sie uns weitersuchen. Lassen Sie mich Ihre Beine und Ihre Hände sein. Das ist wunderschön. In Ordnung. Sie müssen warten, bis Sie dran sind. Das ist kein Überfall, ganz locker. Einfach unterschreiben, bitte. Wie soll ich das unterschreiben? Funktionieren Ihre Arme nicht? Nein, tun Sie nicht. Ich brauche Unterstützung. Ich biete Ihnen diesen Job an. Wie viel springt dabei raus? Das ist echt irre, Pi. Total irre! Das ist meine Schuld, meine Schuld, Mann. Sie sind nicht qualifiziert für diese Aufgabe. Der Gurt! Der Gurt! Welches Auto ist Ihrs? Die rechts stehen. Oh mein Gott! Sie sind nicht sehr praktisch. Genau! Bleib ganz locker! Hey, ich bin doch locker! Ich bin immer so, wenn ich locker bin! Mensch, äh. Dann podcast die K norint.